Ich habe keine Freunde, ich habe niemanden. Wenn ich mich zu den anderen dazustellen möchte, verstummen die Gespräche. Ich habe niemanden, der sich für mich interessiert. Die anderen finden mich merkwürdig. Ich werde nie zu Geburtstagen eingeladen. Ich fühle mich nutzlos und überflüssig. Auf dieser Welt gibt es keinen Platz für mich. Es ist den anderen egal, wie es mir geht. Niemand möchte neben mir sitzen. Manchmal stelle ich mir vor, ich wäre tot. Einfach nicht mehr da. Ich glaube, dass es niemandem auffallen würde. Sie sagen, ich wäre hässlich und dumm. Wenn ich meine Wohnung verlassen muss, bekomme ich Bauchschmerzen. Ich habe nicht eine einzige Freundin. Ich bin vollkommen allein. Da ist niemand, der fragt, wie es mir geht. Das sind Nachrichten, die ich von sehr vielen jungen Mädchen bekommen habe. Aber es gibt auch Nachrichten, die mir Mütter geschrieben haben. Wenn meine Tochter heimkommt, verschwindet sie in ihr Zimmer. Sie verschließt sich mir vollkommen und ich habe Angst, dass da auch sonst niemand ist, den sie zum Reden hat. Meine Kleine hat sich, seit sie auf die neue Schule gekommen ist, vollkommen verändert. Sie ist nur noch niedergeschlagen und wütend. Ich erkenne sie kaum noch wieder. Meine Tochter kommt an manchen Tagen kaum noch aus dem Bett. Sie hat keine Freunde, keine Hobbys und ich habe sie schon ewig nicht mehr lächeln gesehen. Ich habe Angst um sie. Ich kann das so gut verstehen. Ich hatte auch unglaubliche Angst. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Ich hatte ja auch so eine Zeit. Ich habe genau so eine Zeit gehabt, wo ich einfach nicht mehr wollte, wo mich die ganzen Vergleiche mit den anderen nur noch unglücklich und traurig gemacht haben und wo mich das komplette Leben einfach mal komplett überfordert hat. Wirklich. Es gab nicht eine Sache, auf die ich mich gefreut habe. Ich hatte so das Gefühl, um mich herum ist das Leben. Um mich herum ist es bunt und alle haben Spaß und alles ist gut und friedlich. Und wenn ich nach dem Glück greife, um auch ein Teil davon zu haben, um auch ein Teil davon zu sein, wird es um mich herum grau. Und in diesen Momenten habe ich mich so einsam und allein gefühlt. Ich war umgeben von Menschen, aber ich habe mich nur auf das Schlechte konzentriert. Ich habe das Gute überhaupt nicht gesehen. Ich habe auch keinen Blick dafür gehabt, dass da Menschen gewesen wären, die sich gerne mit mir umgeben hätten. Ich habe nur auf die geschaut, die mir ein schlechtes Gefühl gegeben haben. Und dieses schlechte Gefühl, diese Leere hat mich komplett erfüllt. Ich war einfach voll von Traurigkeit. Und genau das ist auch der Grund, warum ich das neue Buch geschrieben habe. Heute ist mal ein neues Buch, Unvergleichlich Du erschienen. Und genau diese Gedanken und genau... Sorry, ich zeig's mal kurz. Ist so blöd, darüber zu sprechen und das nicht zu zeigen. Ja, so sieht es aus. Und das Buch... Wir haben viel darüber nachgedacht, was für einen Untertitel wir dem Buch geben wollen. Unvergleichlich Du, wie du deine beste Freundin wirst. Denn oft liegt die Erkenntnis für so viel Schönes allein in uns. Und ich finde, genau das ist auch der Schlüssel zu dem Ganzen. Wir brauchen kein Glück von außen, um glücklich zu sein. All das, was wir zum Glücklichsein brauchen, das haben wir in uns. Es ist einfach unsere Sicht, unser Blick auf die Dinge, die das Leben entweder schön oder traurig macht. Und natürlich ist es auch so, dass da draußen in der Welt einige Dinge sind, die uns unglaublich überfordern, unter Druck setzen und einfach jede Freude am Leben killen. Aber auch diesen Dingen können wir entgegentreten. Klar, es gibt immer Arschlöcher draußen. Völlig ohne Zweifel. Die gibt es. Und wir dürfen uns das Leben aber von denen nicht zur Hölle machen lassen. Es gibt auf jeden Fall da draußen Menschen, die es gut mit uns meinen. Und mir hat es unglaublich geholfen, erst mal mir selbst über mich klar zu werden. Wer bin ich eigentlich? Was kann ich? Worin bin ich gut? Wenn man mich das vor ein paar Jahren gefragt hätte, dann hätte ich da so gesessen, wäre hochrot angelaufen und hätte einfach keine Antwort gewusst. Ich wusste nicht, wer ich bin, was ich wollte und wo ich im Leben stehe. Ich war froh, wenn ich nirgendwo gestanden habe, wo mich andere sehen hätten können. Ich habe 180 Kilo gewogen. Ich war unglücklich. Mein komplettes Leben war ein Doppelleben zwischen Hunger, Fressen und Kotzen. Und ich war unglücklich. Umgeben von tollen Menschen war ich unglücklich. Und habe mich einsam und allein gefühlt. Und ja, für all die Menschen, die sich entweder in diesen Nachrichten wiedergefunden haben, die ich gerade vorgelesen habe, ist dieses Buch. Und ich bin dankbar, dass es heute veröffentlicht wurde, dass ich schon so viele unglaublich schöne Reaktionen bekommen habe. Und es ist sogar eine Frau dabei mit 63, die gesagt hat, Mensch Jana, hättest du das Buch nicht eher schreiben können, dann hätte ich schon eher mit mir Freundschaft schließen können. Es gibt keinen zu alt dafür. Es ist nie zu spät, um mit sich Freundschaft zu schließen. Und ich finde, das ist auch irgendwie das Schönste an dem Ganzen. Ich bin jetzt 37 und ich bin auch noch nicht ganz am Ziel. Ich stehe nicht jeden Morgen auf und schlage Putzebäume. Weiß Gott nicht. Aber wenn ich jetzt auf Diana von vor, sagen wir mal, fünf Jahren gucken würde und sie neben mir stünde, würde ich ihr dieses Buch geben und würde sagen, hier, alles wird gut. Was ich damals nie für möglich gehalten hätte, ist inzwischen wahr geworden. Und das war definitiv ein hartes Stück Arbeit. Also das Buch ist nicht nur Lesen, da sind sehr viele Übungen, sehr viele Tipps und Tricks und sehr viele Gedanken, wie man die Dinge angehen kann und Lösungsansätze und ja, hier ist einfach alles drin, was mir geholfen hat. Und ich hoffe, es hilft euch oder euren Töchtern oder ja, vielleicht auch euren Mamas oder euren Schwestern oder ja, einfach. Ich wünsche mir, dass niemand da draußen ist, der sagt, hey, ich passe hier nicht hin. Hey, ich gehe unter den Vergleichen mit der Welt kaputt. Ich bin überflüssig und es interessiert doch keinen, ob ich da bin oder nicht. Das stimmt nicht. Jeder von uns ist wertvoll und jeder von uns ist wichtig und jeder von uns hat es verdient, glücklich zu sein. Und das wünsche ich mir. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ich werde jetzt rüber zu meiner Mama auf die Gaut gehen. Wir werden auf diese schöne, ja, auf diesen schönen Tag anstoßen und über uns über so viele schöne, liebevolle Nachrichten freuen, die mich heute schon erreicht haben. Es ist der erste Tag und ich komme mit dem Lesen, komme hinterher. Vielen, vielen Dank an euch und wir sehen uns dann morgen. Erzählt mal, habt ihr es schon? Also einige von euch haben es ja vielleicht schon. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr es schon habt. Da bin ich neugierig. Und ansonsten könnt ihr mich natürlich da abonnieren und da gibt es noch ein anderes Video aus meinem Kanal. Vielleicht habt ihr Lust, noch ein bisschen reinzuschauen. Ich kann nur sagen, danke für diesen schönen Tag. Ich bin glücklich. Danke.